so anscheinend ist mein mikro windows update sehr sehr anfällig geworden sehr sentimental allerdings hier weiß ja so okay lange rede hier gar keinen sinn wo bin ich denn was mache ich denn so bin ich denn was habe ich denn diesen knochen wir haben den es ist voll wir sind fast am krepieren ich weiß nicht was uns fehlt ich fresse mir erstmal einen inhalt anscheinend fehlt uns was zu essen das ist mit nacht ich weiß nicht was wir machen wollen wir haben aber ein ausgereiftes neuron jetzt gerade wir mussten glaube ich neue sachen lernen ich erinnere mich so ich saufen noch mal in den hals ich glaube dann müssen wir gleich hingehen oder stimme nicht ganz sicher ich glaube ja schuldigung 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 jetzt kommen die alle am saufen wir haben sechs kinder da hinten waren ein schlag da wollte ich eventuell auch hin und dann haben wir betten ja so ich lege mich mal hin wir gucken einmal kurz in die evolution wir haben hier wo ist denn meine maus ruckelig gibt es besser oder hier auch nicht ich mach mal so so war hat sich hier die mausempfindlichkeit geändert kann das sein also wir haben 12 und drei sachen boah was ist denn alter was ist denn hier mehr maus weil man das geht so nicht ich muss mal ganz kurz in die options hat er zurückgestellt die mausempfindlichkeit ich hätte so scheiße ich stimme auf 20 ich glaube hier ist irgendwas komisch das ist schon besser das war aber ganz komisch ich weiß ich kann auch sein dass mein junior weil der ständig an meinen maus wird so wir haben jetzt drei sachen die wir lernen können die nehmen schon mal mit und dann brauchen wir noch mal drei und dann können wir die nächsten generation sprung machen und wir haben sechs kinder und dann machen wir den nächsten generation und ja ich habe wieder vergessen für youtube hallo liebe freuen auf youtube herzlich willkommen zu ancestors die jungen kein odyssey und ich habe euch wieder vergessen es tut mir sehr leid aber nur ein bisschen nicht allzu viel dann könnt ihr denke ich mal mit leben ne so längerer zeitraum geschützt das ist sehr schön das ist noch nicht das ist ausgereift das müssen wir erst noch lernen nee das muss er noch mit verbunden werden nun gut gut dann haben wir das dann können wir mal eine runde pennen bis morgen frei und dann gucken wir mal dass wir vielleicht noch zu einer dieser absturzstellen kommen von diesen kometen weil die kommen ja anscheinend hier sehr regelmäßig runter nur offensichtlich ist es hier auch scheiß gefährlich so wir brauchen essen und trinken wie immer davon nicht zu wenig wie mir scheint aber wir haben ja hier alles da was wir brauchen ich frage mich halt nur wann wir das kämpfen mal lernen und feuerwehr als schöner dann können wir hier nämlich auch die angestelle nutzen so trinken aber voll dann gab es da blätter gehen wir mal hin und können wir erstmal das hier fressen aber hier hinten gab es glaube ich auch noch gebüsche ne ja hier die old traum die müssen wir erstmal abchecken die auch gut sind scheint in den kopf das ist auch gut da wir jetzt schon von abgebissen das wird auch gut so hin sind auch noch welche abchecken die hauen sich das alle so in den kopf dann lass uns doch mal schauen so und dann haben wir gebaut wir müssen da drüben hin da würde ich da drüben über die hohe ebene gehen wenn dann das heißt wir werden erstmal hier langsam runter in der hoffnung nicht gefressen zu werden und wir lernen natürlich auch zeugs ohne ende hier können ganz viele betten bauen so ein paar sehenswürdigkeiten fehlen uns auch noch da zum beispiel granit das ist ganz toll dann hier noch toter zweig wir lernen erst mal wieder alles ne auch und ich wollte ja googeln wie man hier gebiete einnimmt aber habe ich tatsächlich nicht getan gehen wir auf ihn leicht rum wäre natürlich schön wenn man vollständig finden würden und so quatsch so dann qualit ist das heißt wir gehen jetzt hier runter und dann gucken wir mal dass wir irgendwie rüber kommen ohne gefurtert zu werden ist zwar ein stück weg aber ich hoffe wir sind auf dem baum einigermaßen safe wenn wir auch noch nicht schnell laufen können und nix das ist ein grafikfehler so da drüben würden wir rüber kommen über den see über den fluss versuchen wir das mal ganz unauffällig dann werden wir hoffentlich auch nicht gleich gefressen wir können auch mal ein bisschen aufrecht laufen eigentlich ist gut für die motorik und das ist aber natürlich wird es jetzt hoch das können wir uns schwierige achten wenn es angucke so und ja es ist kalt weil es regnet wir müssten jetzt irgendwo unter schlupf finden ich denke mal hier die kante werden wir nicht hochkommen so und dann gleich mal ruf auf den baum wegen sicherheit weil es hier auch nicht gerade safe ist aber ok so da hinten ist die komische stelle so hier gibt es wieder viele unbekannte sachen jetzt müssen wir uns erstmal akklimatisieren hier finde ich gleich eine panikattacke schieben ich glaube das haben wir jetzt auch getan ne haben wir noch nicht reicht noch nicht oder was neues ich sehe leider nichts mehr da ist noch einiges was wir abschnüffeln können ist auch was neues ist natürlich sehr vorteilhaft dass hier nur unbekannte sachen jetzt sind ich sehe gar nichts wir kriegen hier gleich eine panikattacke anscheinend da in wir hier wo w wo 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 Wieso gilt das als unbekannt? Jetzt ist es nicht mehr so jetzt haben wir ein ausgereiftes Neuron ich sehe sind wir trotzdem noch nicht ich weiß nicht sollte ich hier runter springen eher nicht ziemlich hoch UK gebilder moin Ich wohne doch nur zu der Absturzstelle die ich jetzt gar nicht mehr sehe da hinten müsste ich aber hier runter irgendwie Ich will aber nicht hier runter Immer diese Angst vor dem Unbekannten ne schrecklich sowas muss glaube ich doch ein bisschen runter Wir versuchen das mal wir werden mir sicher gleich angekommen von irgendeinem Vieh Und das ist auch neu Das ist gut das können wir gleich mal reinhauen mit Dattel So dann gehen wir hier lang So überwinde deine Angst Sehr nice Oh ach so wie das okay Das ist aber neu Geil da hat das ja endlich mal geklappt So da drüben wollen wir hin Das heißt auch wir müssen hier erstmal runter Ich hoffe wir kommen da auch hin Irgendwo da quantit Das ist echt nur ein ganzes Stück ne Ich will mir das mal angucken So im Optimalfall Sind sie gleich da Unoptimalerweise aber eher nicht Das da hinten Ist das überhaupt ne wie wohl dahin Ha Okay So hier den Baum hoch und dann könnten wir schon fast da sein Hoffentlich So wir haben endlich mal ein neues Gebiet erschlossen Das ist sehr gut Das scheint doch umso zu sein und irgendwie ruckelt meine Maus heute Ich weiß nicht warum Das ist aber keine Absicht Zumindest nicht von mir So weit gibt es Dinge so Hier gibt es nischt Gibt es nischt Gibt es Foto Oh nein Und nicht schon wieder Ist nix was wir gucken könnten Mist 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 Ja das war gut Ich geh mal auf den Baum Haben wir schon Wir müssen das Ding eben voll machen So wo ist das Ding Zum Erobern Da vorne Na großartig So einmal Angst überwinden Puh Na endlich läuft das hier mal So und da vorne ist die Abschutzstelle gleich Hier gibt es glaube ich Angelstellen Mehrere Eventuell So hier ist auch noch einiges an Zeugs Okay Also wir müssen zu dem Ding hin was So ein bisschen rumschimmert So ein bisschen rumschimmert Weil wir sind jetzt endlich mal da Aber es wird gerade dunkel Das heißt wir müssen gleich irgendwo uns auf dem Baum verkrümeln Und erst mal ne runde pennen Und erst mal ne runde pennen So zum Felsen sollten wir eigentlich einigermaßen safe sein So wir können erstmal alles Guck was haben wir denn da Da gibt es viele Sachen Die wir noch nicht kennen Da ist was unbekanntes Oha Wildschweine Oha Wildschweine Das ist aber nicht so geil Hier ist auch noch etwas unbekanntes Aha Da ist ein Versteck Was denkt da an einem Baum Ein Bienenstock Den kennen wir schon Den kennen wir schon Oha Oha Oha